Mmmmm, Metal-Leute, Serplen hier. Heute geht's mal um... ...ne echt seltsame Sache. Und zwar, Twitter hat einmal fucking nochmal der Geschichte was Gutes hinbekommen, oder zumindest die K-Pop-Community von Twitter. Für die, die es nicht wissen, Biden ist ja jetzt offiziell Präsident. Und, naja, die ganzen Make-America-Great-Again-Typen auf Twitter haben einfach quasi eine Hashtag gestartet, die einfach nur hieß, Hashtag Impeach Biden Now. Und, was hat sich die gesamte fucking K-Pop-Community gedacht? Yo, Bruder, nicht cool, Trump. Äh, ja, lass einfach mal dann irgendwie die gesamten fucking Twitter-Scheiß einfach fucking mal mit irgendwelchen K-Pop-Fan-Cams flannen. So, das ist einfach nur witzig, wie die ganze Zeit irgendwie du zwischen Trump-Support und einfach nur so eine Welle an fucking nochmal K-Pop-Stars siehst. Keine Ahnung, ich find's irgendwie scheiße witzig, mir das anzuschauen, dass irgendwie ein paar random K-Pop-Leute einfach fucking nochmal mager zusammenschauen. Irgendwie zusammenscheißen können und einfach dann Hashtag kapern. Einmal in meinem Leben unterstütze ich fucking K-Pop. Hoffentlich wird das nicht zur Gewohnheit. Boah, ich hab einfach mal kurz einen Support dafür, so, es ist einfach krank, so, vor allem, es ist halt, man, tatsächlich kein Hass in der Twitter-Time-Land, wenn du so einem, naja, unter einem Hashtag, wo du eigentlich denken würdest, dass da viel Hass drunter wäre. Es ist einfach nichts, es ist alles einfach nur fucking wholesome, so, äh, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber alles ist wholesome auf Twitter. Das ist so ungewohnt, einfach zu sehen, dass tatsächlich die Leute irgendwie mal so nett zueinander sind. Aber, naja, was, was, was kann man denn tun? Ähm, ne, keine Ahnung, macht mit, kapern ein Hashtag, oder wenn er schon wieder vorbei ist, dann auch nicht schlimm, ich wollte einfach drüber reden, dass ich es irgendwie witzig finde. Außerdem kann ich irgendwie fast jeden Tag ein Twitter-Video machen, das ist einfach sehr einfach, irgendwie über Twitter zu reden. I don't know, vielleicht mach ich das mehr, vielleicht weniger, muss mal schauen. Aber, äh, danke fürs Zuhören, ähm, ne, denk dran, disliken, deabonnieren, end mir mit dieser fikte Glocke und jetzt runter von meinem Rasen-Hero-Sinn, ne?